Hi! Also dass du einmal Kopfdruck anziehst. Wir beide oder einer von uns? Du, oder wenn magst du auch? Klar! Meine Mutter wird dich freuen! Danke! Krass! Das ist richtig krass! Ich kann sie wieder so probieren! Du kannst mal Kopfdruck sehen? Ja, gerne! Und, wie findest du? Danke, das sieht ganz gut aus! Sieht ja auch richtig gut! Also wirklich schön! Danke! Danke!